und da sind wir wieder mit speedsockel ja hi ich bin wieder da und wir sind eigentlich wieder da und wir spielen hier harvest moon die zwei städte ich zeichne ich gehe mal mit ihr gut du hast es in deine tasche getan mit dem x-knopf siehst du auf dem unteren bildschirm den inhalt deiner tasche eine wunderschöne kannst du folgendes tun mit dem steuerkreuz etwas an und mit dem a knopf bestätigt die weise box rechts unten die dazu etwas wegzuwerfen durch drücken des b knopfes kannst du das fenster schließen bitte macht das b knopf mehr musst du über die tasche nicht wissen lass mich dir dein haus zeigen jetzt wenn du nicht sagst doch du hast nur zu schnell das hier ist ein haus warum das war ziemlich viel für einen tag bestimmt bist du müde ich bin nicht müde sonst will ich nicht zocken wenn du schlafen willst dann drücke vor dem bett den a knopf wenn du willst kannst du dir noch ein bücherregal oder die küche anschauen so das war es von ach ja das muss ja riesen gut ich gehe so was steht das steht beim so das war es von mir ja ich gehe dann mal nach hause okay also bei mir steht ja das ist halt und wir sind hier in dem haus hier kann man ja blumen rein machen ist eine base du kannst hier mit allen ich bin gerade die wand achten sehr interessant ja ich will meine blume auch näht die blume geht nicht scheißdreck ich brauche eine andere blume was hier ist eine war und du kannst sie mit einem blumen hast du hast das lager schon nach ein paar tagen werden die blumen du musst dir also erst ersetzen blumen die base stellen ja geht nicht leck mich ja ich mache das in die blumen ins inventar wird wird für die welt ja guck mal hier hast du ganz unten links den kalender schon gesehen jedes jahr besteht aus vier jahreszeiten benutze ihn um zu sehen wann feste sind oder wann jemand geburtstag hast zeigen den kalender auch gerne ach du scheiße beim ersten tag ich habe heute geburtstag ich geburtstag ja ich war so dämlich und habe im ersten gedrückt ach du scheiße georginas geburtstag oder sowas dann mikos geburtstag hallo viermal in in einem monat das kochfest wie oft soll man da bitte was kochen ich bin gerade gegen den tisch gelaufen früh ins sommer das sind auch 1 2 3 4 5 kochfeste im herbst sind auch fünf und im winter sind drei vier sechs sechs im winter hallo hier mal die kümmer das ist die küche nütze sie wenn du kochen willst ohne rezepte kochen erlaubt ist dir frei zu wählen interessant welche zutaten du benutzt dennoch kann es ein fehler vielschlag sein wenn die mischung nicht stimmt mit dem rezept kochen willst du automatisch die zutaten für dich aus interessant ist ein gericht einer voll kannst du das rezept aufschreiben du kannst das rezept aber auch anpassen indem du mehr zutaten hinzugibt ist die anpassung erfolgreich kannst du das rezept verdammt jetzt das kochen wird wirst du eine inspiration für ein neues rezept haben mit rezept hallo was ich habe doch gar keine zutaten hier steht und mit rezept kochen ohne rezept kochen ich habe doch gar keine zutaten dem ja dann ich lege mich ins bett ja ich auch das ist das wenn du es benutzt wirst du bis morgen schlafen das hätte ich nicht gedacht falls du wach bist fest und macht und bis tot genau bis speichern schlafen speicher vergangen hast du mit speichern ja das habe ich das reflex gemacht auf alle screen ja bei mir ist auch gerade ja jetzt jetzt hätte ich geladen jetzt ist wieder black screen jetzt geht es an guten morgen master ich dachte ich komme mal vorbei das war erst das war erst jetzt auch noch schwarz stopp stopp ist das wie lange dauert das habe ich auch gefragt obwohl sie das bringt ja nicht mal was hallo immer noch der scheiß blick auf vorspulen habe ich so jetzt guten morgens bitte ja dabei jetzt kommt da fragezeichen fragezeichen und jetzt kommt irgendwer ein glaube ich aber es mir diese indische dings da verzeih mir die störung zu so einer frühen stunde vielleicht so steht bei mir ich bin gekommen die ein paar nützliche dinge für das leben hier zu sagen weil wir bitte zum rathaus ja statt bei mir auch jo ich berühre gerade nicht die tastatur das ist das schwarze brett genau wollen die dorfbewohner etwas erledigt erledigt haben hätten sie ein aufgeliebt was willst du denn erlegen um einen auftrag zu lesen stellst du dich davor und drückt den a knopf hätte ich nicht gedacht ich hoffe du nimmst ein paar aufträge an wenn du die zeit dafür ich habe nie zeit deswegen wir machen keine lasse mich der den ablauf eines auftrags erklären willst du ihn hören wollen wir ich habe es kapiert ich habe es verstanden gut angenommen auf drehen kannst du auf den unteren schirm auf unter aufträge überprüfen okay gut interessant warum versuchst du nicht einen auftrag anzunehmen schau dir das schwarze brett an im unteren bildschirm siehst du dann die aufträge benutze steuerkreuz um einen auftrag auszuhalten und drücke den a knopf ich habe einen einfachen auftrag angeheftet den du ausprobieren kann ich will nicht machen ich ich drücke nichts ich werde gezwungen weggezwungen so b b b verdammt es geht nicht leck nicht ne geht nicht wir kommen im bluebell ich will dir etwas erzählen bitte nimm meinen auftrag an drücke den übternamen und das heißt anzusehen übternamen a das ist rutscher und belohnung ich bekomme fünf futtergras und Prozent fünf hühner futter durch drei rüben und drei kartoffeln okay genau so solltest du einen auftrag an legt mich der aufträge ja das ist des auftrags ist ina lol dies ina das bin natürlich das bin natürlich ich ja schlau und wir schon auf dem auftrag steht will ich dir etwas lasst es erst mal zu deinen hof zurückkehren im black screen ich mag am liebsten diese black screen das hier sieht nach einem guten ort aus ich zeig dir heute wie man für die stelle ich glaube jetzt haben wir zwei verschiedene sachen weil ich habe jetzt kann ein hühnchen und ein an ein pferd im bildschirm ich glaube jetzt sollten wir nicht mehr die loge sofort schon wie man das macht master problem entschuldige ich habe dich warten lassen ich weiß es schon ich weiß es schon ich weiß alles lass mich der jessica vorstellen spiel und soll ich immer noch lesen du hast es schon wie gut für dich dann werden nicht dann werde ich dir ein werk zu geben ihre familie leitet außerdem eine laden für tierhaltung sagt skype ruggelt grad ein bisschen ja schön dich kennenzulernen speed kann mit unseren laden wenn du weitere tiere oder ist denn habe ich das wenn ich schon mit ihr ja lassen wir es wo sich mal kurz mein skype tun wir können wir können doch das einfach rausschneiden dann wären das wo ich kann einfach ganz schnell auf skype tun ausschalten nein hier ist eine gießkunde brauchst die um da einschneiden deine saad zu bewässern sich da nicht mehr hört oder mich halt andersrum okay machen wir so na gut also du laberst und ich laber und das ist verwirrend für uns arbeitet man später hört das hier ist dünner der dünner steigert die qualität der umliegenden feldfrüchte macht ein ton aus das hündchen ist glücklich die kuh ist glücklich und ich das bringt aber nichts wenn ich es ausmach und du soll nicht ausmachen dann höre ich dich der ganze zeit quatschen gut ich freue darüber gibt es ein paar rüben die man ernten kann versuche dass du später gibt es ihnen gleich einen namen wie soll ich sie nennen gibt eine kuh bitte einen namen auch ich gebe dir keinen namen machen aber übrigens du kannst deine hatte auch ich ließe sich vor soll ich master nennen was gibt es noch mal die kugel das nennt steki an einsteck ist gemein ich will irgendeinen richtigen namen dritte kreos macht doch und damit ein auftrag von schwarzen ja ja und nö die nervt sie sich vor es passt gerade so ich glaube ich hoffe er ist nicht beleidigt dass er eine weibliche kuh ist sei denn die kuh kreos heißen ja der weibliche kuh das das hund nenne ich dominik oder was habe ich jetzt gedrückt ist und warte mal da 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 dort dort gerade die was gerade hast du zum ersten mal geerntet herzlichen glückwunsch nebenbei hast du herausgefunden wer ich bin ich sage dir falls du mich finden kannst auch weiterhin gute arbeit ist jetzt ja weil es irgendwas kein besonderes war soll also domi heißen ja gerne nein nennen das hündchen fritte nein nein das ist jetzt domi fabelhaft das sind beide schöne namen jessica jessica wird dir nun alles über die tierhaltung erzählen bitte dass das ja aber jetzt kommt gerade das habe ich auch nicht vorgelesen also spät ich werde dir erklären wie du dich um der nektiere kümmern kannst bist du bereit immer gerne ja was machst du kümmern und ich wundere mich wo das kathos sein ich sage ich sage jetzt einfach ich weiß es schon weil ich denke meinen er ist super erst mal ich schätze mal einfach dass alles in den haves mond teilen gleich ist oder ich hoffe es zumindest dass ich das dann gleich wieder eingepackt nein jetzt ist der liebe rüben samen ja ich bekomme jetzt das ganze zeit geschenkt ist eine mit war jetzt war das falsche so jetzt haben wir es läuft automatisch der sack ich finde es aber das macht er jetzt einen maulwurf stirbt doch der stirbt nicht aber wie viel hallo die gibt mir jetzt glaube ich seit gefühlten gefühlte minute schon ein ganzes zeug das war schon bei bühner futter jetzt hat sie mir einen leckerli gegeben was soll ich bitte pinnett maulwürfel und die labert so lahm was man ja ich habe alles wenn anfangen wir machen wenn ich keine kraft ausdauern mehr habe dann muss ich mich ja nicht daran dass ich mich ins bett legen aber dann sind wir wieder an anderen tagen und dann musst du logischerweise kurz warten irgendwo hin ja dann müsstest du einfach auch ins bett gehen ja aber ich dass du mäßig muss meine tiere jetzt erst mal kurz wieder und dann kann ich jetzt werden okay bist du schon ganz kaputt der hälfte ja dann kannst du weiter bauen also weitermachen ich sag dir dann aber jetzt jetzt wackelt er mit dem kopf naja wenn wenn noch ganz wenig ist dann kannst du mehr sagen also auf jeden fall die labern wir mir gerade noch und es ist natürlich sehr interessant das habe ich einfach die labern so die schrift ist so langsam machen mit der b knopfen man die vorsprung die schrift wicke welches b b b b klappt das ist ja das müsste b sein genau wo ist es viel schneller wo wie ich weiß ja ich habe egal im rathaus irgendwas labert er davon aber ich finde meine kuh so süß finde ich dich selber süß hallo läuft falsch rum der sack ach so ja ich habe der ton ist jetzt rückwärts jetzt war geht er wieder mit dem kopf und ich habe gleich gar keine ausdauer mehr stirb eine kuh ich habe eine kuh nicht schlägt du bist eine kuh das ding nee ich bin nicht die ich will mit dir reden nein und machen jetzt stand da du wirst gleich ohnmächtig heißt ich kann noch jetzt muss ich ja okay dann geht am besten im haus kuh ich will mit dir reden du schreit ihr siehst ins bett gehen ich habe keine kraft warum schläft die haben wir morgens oder abend oder was ich muss ins bett gehen machen ja ich werde dann warte von da geht die zeit doch nicht weiter oder hat die scheiße ich schlafe jetzt ich habe keine kraft club ich bin jetzt im bett jetzt lädt es mal wieder war es schlecht ja ich mache gerade frag ich schaue es nicht mal da morgen master nein das glaube ich das gleiche die erntgötung ja genau das kommt bei mir kann ich auch ja was soll das ich bin zu blöd ich krieg dieses scheiß nicht hast du dich auch schon ein schön eingelegt ein geliebt eingelebt ich möchte ich um einen gefallen bitten ich habe ich wohne seit gestern hier wo ich deinen namen kenne man aber das ist das gleiche was ich weiß alles was in einem dorf basiert mein dummerchen erntgutten aber wo sie sind meine manieren ich bin die entgötten aber nun zu den gefallenen master wie du weißt können sich die bürgermeister beider dürfen nicht leiden ja jetzt ich habe es geschafft heute in dem kuh und dem kuh es ist aber auch nicht so dass da es für was ist aber nicht so dass es dafür keinen bestimmten grund geben will die rede zu unlogisch ich riecht halt anders man könnte was sagen jetzt eine tradition die streitigkeiten bestehen schon seit generation juhu also jetzt eben gut zu hören weil ich habe keinen bock das ist aber das war nicht immer so man kann gut miteinander aus bis bis punkt punkt bis lecken oder was bis punkt punkt ja egal bis zu denen einen tag vor 100 jahren punkt punkt wartet bitte bitte da musst du warten weil da kommt die geschehen vor 100 jahren ja genau das meinte ich damit scheiß fähig los hallo lustig wie viele stunden willst gemeldet werden wird der bildschirm sich verkleinert also nicht der bildschirm sondern das video bild von normalen was haben die ich habe erst ziemlich spät gestoppt wenn ich ehrlich bin und ich als rechten der freundschaft gab es sogar ein der die dörfer verwandt ich glaube dass letztlich doch dann fing die streitereien an ich kann jetzt nicht anhalten doch kannst du wir können dann einfach gleich weitermachen okay also jetzt erst mal das ganze dann schließen und so weiter also gleich werde ich dann auch schon da sein okay bis dann und bis gleich und bis später wie in den let's play raus ding da egal naja ciao so was